Und dann machen wir das hier weg. Ja, ja, ist schon in Ordnung. Beruhigt euch, beruhigt euch. Alles ist in bester Ordnung. Und hier machen wir dann Schluss, haben wir gesagt. Wie gesagt, entschuldigt, wenn ihr Mommen nicht seht. Ich bring gleich Fackeln an. Und die Cobblestones sind schon wieder zu Ende. Zack und zack. So, dann haben wir hier das gleich geschafft. Und wir können sagen, wir sind safe. So, zack und zack. Zack, zack, zack und zack. Gut, dann haben wir das einmal geschafft. Dann mache ich das hier einmal alles einst tiefer. Ich hoffe, das geht. Zack, 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 zack. Gut, dann muss ich hier nochmal ein netter Steinchen anbringen. Ja, wir werden das jetzt ein bisschen verschönern. René? Hm? Warum hast du mir die Mauer zugemacht? Wie soll ich denn jetzt zu dir kommen? Welche Mauer habe ich da zugemacht? Die da. Alter, ich habe dir einen Weg gebastelt. Komm zum Portal zurück. Da genau. Welche Mauer habe ich dazu gemacht? Ach so, da war er. Ich habe auf das jetzt nicht geachtet und bin da jetzt einen kleinen Weg drauf gegangen. So, da. Habe ich die Workbench mitgenommen? Ja, habe ich die Workbench. Die stellen wir mal da hier. Zack, 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 zack. Zck, 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 zck. Tust du da, magst du mir was machen kurz? Was denn? Tust du mir Treppen verlegen? Darunter? Mit Gebär. Warte. Warte, ich bastel da gerade welche zusammen. Reichen 40, glaubst du, Neger? Aber 64 und 40 reichen, oder? Ja, das sollt reichen. Kein Glück. So. Dann. Ach so, was mache ich? Machen wir uns noch Holz. Und eine Kiesdee. Eine Doppelkiesdee, falls ihr was Schönes finden, sollt den. Zack, zack. Und dann, habe ich was vor. Sind da welche übrig geblieben? Mhm. Gibst du sie mir mal dann kurz, bitte. 44 sind da übrig geblieben. Oh, sehr schön. Dankeschön. Huch. Okay, 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 okay. Dann könnten wir eigentlich sagen, wir hauen uns hier durch. Ach. Warum willst du denn den Eingang beim Lava machen? Pass auf, dass es dich wieder... Pass auf, dass es dich wieder... Ist eigentlich auch wahr, ja? Dann mal kurz, dann machen wir das hier wieder mal zu schnell... Okay, da geht's nicht draus. Na, wenn dann nur links. Doch, geht's auch nicht raus. Da. Hier. Huch, das war ein Mega-Lag. Und dann können wir das hier nämlich so machen, wie sie wollen. So. Den Stein brauchen wir eh auch. Dann ebnen wir es gleich. Ui, da ist Pfusch am Werk gewesen. Der ganze schöne Seelensand. Na ja, kriegen wir schon wieder, kriegen wir schon wieder. Keine Angst. So, dann... Hm, jo. Warte. Ich mach's da. Da. Ehm... Wart, so viel Koppel hab' ich nicht. Oder nicht mehr. Das reicht schon. So, dann können wir das hier auch weg. Und gut, dann können wir hier die Fackel aufhängen. Hier Fackel und hier Fackel. Genau, ich würde mir jetzt mal einen Melkpunkt machen. Richtig, wäre am geschicktesten. Dann mache ich mir hier auch einen. Warte mal kurz. M. Waypoints. Remove. Remove. Dann machen wir hier den Nether Portal 1. Weil hier kommt man ja schließlich hinein. Habe ich zufällig? Ja, habe ich. Sehr schön. So, dann mache ich... Was machst du jetzt? Aussichtsfenster. Dass wir sehen, wo die Gasts sind. Du willst da jetzt ein Fenster eine machen? Mhm. Du weißt schon, dass die das durchschießen können? Nein, können sie nicht. Durch Glas? Nein, können sie nicht. Die sehen dich nicht durch Glas. Also, dann mache ich kein Glasfenster. Das Eisen sprengen sie da weg, oder? Nein, die sehen dich da nicht durch. Habe ich doch schon in meiner Welt auch ausprobiert. Entschuldigung. Gut, auf der Seite brauchen wir hier keins. Nee. Panik. Panik auf der Titanic. Hoppala. Das war meine letzte Spitzhacke. Nein! Äh! Spitzhacke! Äh! Ähm. Danke. Pff. Ich muss jetzt die jetzt weggeflogen, eigentlich. Warte kurz. Was machst? Der gute Kugel ist da. So. So. Gut. Und oben auch, oder was? Das heißt, jetzt haben wir hier die Kiste. Da gehen wir mal das ganze Wertvolle rein. Oder einen Teil davon. Das möchte ich nicht alles verlieren. Gut, den Nätersteinen brauche ich eh nicht so viel. Genau, die Pflasterstände lasse ich hier, falls wir sterben. Ich habe jetzt nur das Schaufeln, zwei mit und die Spitzhacke. Jo. Gut. 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 Ja da kann man rauf springen. Hopp, hopp, hopp. Soll ich nicht den Quarz mitnehmen oder soll ich es lassen? Wow! Wow, wow, wow! Die Gaske am Marsch! Hehe. So, ich beleuchte die Bude einmal ordentlich. Dass man so einen Weiten auch schon sieht. So, dann ich komme zu dir, Gernot. Wo bist du? Nach oben geklettert, nach oben geklettert, nach oben geklettert. Servus, Big Man. So, ich bin jetzt beim Lavasee einmal. Achso, komm wieder einmal zurück, Alter. Ich habe keine Spitzhacken. Ich kann eine geben, wenn es fehlt. Ich habe genug mit. Was macht man eigentlich mit diesem Netter Quarz? Gibt es dafür eine Verwendung eigentlich? Oh, Seelensand. Den hole ich mir. Ich habe mich eingraben. Sag mal, wenn du bei mir in der Nähe bist. Jo. Wo bist du denn da überhaupt schon wieder? Ich hole gerade ein bisschen Seelensand. Ich hole gerade ein bisschen Seelensand. Wow, geil, Alter. Oh, da ist aber viel Seelensand. Wo bist denn du eigentlich? Da ist ein Gast. Sicherheit. Ich habe mich eingraben. Ich habe einen Schuh. Au. Wo? 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 Wo ist das gefährlich? Verschwindet's? Verschwindet's? Verschwindet, du Gast. Du gastige Gastigkeit. Verschwindet. Oh, jaja. Hallo? Ist die Luft rein... Ah! Nein, ist sie nicht. Das war aber sehr mega knapp. Alter, jetzt lebt ihr noch immer. Jetzt dreht ihr wieder ab. Jawoll, das war sie. Die garstige Garstigkeit. Nein, ich habe Angst. Treffen wir sich bei uns? Beim Portal? Also nicht im Portalraum, direkt selber meine ich jetzt. Ui, da gibt es Seelensand, Alter. Bist du teppert? Hoffentlich überlebe ich den Sprung. Ich hau da nur schnell Seelensand unten weg, weil dann kann ich den in die Kiste geben, dann haben wir den auch safe einmal. Böser Pigman. So, jetzt habe ich die... Jetzt habe ich unsere... unseren Bunker verbarrikadiert. Und... Ah, da oben ist... Na? Na, bleibst du stehen? Oh. 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 Hihi. Schwarzpulvertroppen, die... Alter, die droppen Schwarzpulver. Haben die nicht früher was anderes droppt? Ich glaube schon, oder? Keine Ahnung. Ich habe schon zu oft gesagt, ich glaube schon früher. Und dann hat es nicht gestimmt. Ich sage gar nichts mehr dazu. Ne, die haben ja früher Gas drinnen. Stimmt, ja. Oh ja, stimmt. Vielleicht droppen sie es noch immer. Vielleicht war das nur eine 0, so und so viel prozentige Chance. Aha. Könnte sein. So. Dann gehen wir mal wieder zu unserem Portal. Also in die Nähe. Oh. Ah. Jetzt habe ich meinen Fuß verstaucht. Au. Da ist ein König der Pigments. Ja. Töten. Töte den Pigmen. Töte den Pigmen. Töte den Pigmen. Das würde ich nicht machen. Ich hau auf ihn drauf und dahinter rum. Einfach. Töte den Pigmen. Töte den Pigmen. Töte den Pigmen. Töte den Pigmen. Jetzt haben wir die ärgsten Feinde. Das weißt du schon, gell? Ja, das nutzt uns aber nichts. Wir sollen ein Eterportal suchen, oder? Ah, ein Dingsbums suchen. Das Goldenagat gebe ich auch. Heute ein bisschen gefragter Mann, aber. Eisenpuppeisen. Dann machen wir mal eins so, eins so, eins so, eins so. Viermal. Eins so, eins so, eins so, eins so. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und dann haben wir wieder viermal. Zack, zack. So. Das sollte reichen. Das sollte reichen. Oh. Da habe ich verpuscht. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ne, 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 ne. Also den Fuß lasse ich auf mir nicht sitzen. Zack und zack. Juh. Also. Mhm, 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 mhm. Ja, geht schön. So. Und wieder ein Serverruckler. Hallo. Hallo. Pigments. Seid ihr noch böse auf mich? Ich habe euch nichts getan. Hallo. Freunde. 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 Mach kurz mal Aufnahmestopp, bitte. Jo. Okay. Dann machen wir mal. Ich gehe nur schnell in die Festung und dann machen wir eine Aufnahmestpause. Müssen wir eigentlich eh schon machen. Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Blub, 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 blub. Und hier rein. Dann machen wir hier jetzt kurz zu. Und dann würde ich sagen, jo Freunde, das war's mit Neta und jo. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Tschüss. 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 Hast dubuilding movement? Joe, ihr parlest zu dem. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.